Ich komm nicht raus, jetzt könnt ihr mich reinholen? Was machst denn du? Ey, bring dich doch nicht um jetzt, du bist zu weit gekommen. Erzähl doch keinen Stoß, ich bin doch da, was willst du denn? Hängst du jetzt auch hier rum oder was? Hängst du jetzt neben mir? Nein, ich bin bei Geli. Wie bist du jetzt da reingekommen? Ja. Da ist er. Ich bin in den hier. Ja, jetzt bin ich abgesoffen. Zack, tot. Ach, soffen. Na, na. Aber das funktioniert, man könnte... Da hinten wird es aber zu tief, warum wird es da hinten zu tief, frage ich mich. Also das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das kann man... Luftschaffung. Am Arsch. Ach. Quitschi. Ja? Hängt er da oben? Hängt er da oben? Juhu. Ja, da. Ich hänge hier... Wie gesagt, ihr da rausgekommen. Tja. Ach so, übrigens, das ging ganz einfach. Zack, bin ich auch bei euch. Und renn ins Boot. Ja, na komm, jawohl. Ich bin erst mal im Boot drin. Das interessiert doch keinen. Geli, kommst du rein? Ey, ist dir bewusst, wie ich das geschafft habe, hierher zu kommen? Ich bin geschwommen. Ohne Boot. Ich hänge an der Kette dran. Wartet mal, haltet euch fest. Ja, ihr hänge an der Kette. Glaube ich halt. Ja, ihr hänge an der Kette. Kette ist weg. Ich bin wieder oben. Hast du die Kette abgerissen? Hä? Die Kette? Die Kette ist weg. Die hat die Kette abgerissen. Quitschi, komm mal rüber zu mir. Ja, ich versuch's. Ich tue jetzt mal mein Bestes. Ich versuch jetzt mal da reinzuspringen. Aber mein Bestes ist wahrscheinlich nicht gut genug. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, das war... Da hör ich die Gelächter. Äh, das war nischt. Scheiße, das Boot, haut ab. Nein, komm ich... Ach, Leute. Glaub nicht. Ich will euch erzählen, das wird wieder nischt. Ich bin weg. Ich bin weggeschwommen. Ach, Mann. Ihr musst jetzt schnell sein, sonst läuft das ja ab, der kleine Hans-Georg. Oh, ist das ein Mist hier. So. Kannst du noch mal das Ding, das kleine bisschen in unsere Richtung bringen? Warte mal, oder lass mal da stehen. Warte mal, geht das so? Ihr müsst da nicht hineinkommen jetzt. Gelächter hat schon grad versucht, das war nischt. Okay, ich häng dran. So, ich bin dran. Ich quitschi rein mit dir. Und hab, da bin ich bei dir. Da hast du gesagt, ist er zu dir gekommen. Ja. Äh, warte mal, Geli. Ach so, geht ja nicht. Freut sich dein Sohn eigentlich morgen auf Halloween? Äh, mein, mein Sohn, ich glaub, der feiert das in dem Sinne gar nicht so. Das nimmt er gar nicht für voll. Bist du schön eingeparkt hier, Marki? Quitschi, drück mal den Hebel nach links. Der ist schon nach links. Ach, du meinst, ist das Frauen links? Ah, ich versteh das. Und lass ihn einfach mal ganz hoch. Wo fährst du denn jetzt hin? Ja, das weiß ich nicht. Das will ja nicht wissen. Ob wir hoch müssen oder runter. Das ist jetzt herauszufinden, ne gute Idee. Ich häng mich mal hier ran. Geht nicht. Das ist zu hoch. Wir kommen nicht weiter. Da hinten ist auf jeden Fall schon wieder ein Boot. Ja, das ist ja geil. Boot. Ey, wisst ihr wie lange wir an der Map schon spielen eigentlich? Wir sind hier seit... Ey, ich wüsste es nicht. Bestimmt schon eine Stunde auf der Karte unterwegs, wa? Da ist ein Boot, sagt er. Das ist ja begeistert. Bin ich ja gleich ein bisschen. Haben das Kronk und HWSQ auch so weit gespielt hier? Bestimmt nicht. Äh, ich glaube ja. Echt? Wirklich? Okay, ich gucke jetzt mal, was hier noch geht. Ich bin jetzt mal einfach mutig. So, also ich bin oben. Ja. Und das hilft auch nicht weiter, oder? Und er hat oben einen Hebel, wo es runter da kann, oder? Woher weißt denn du das? Und er hat Speichern. Ich habe einen Jax gespeichert, also theoretisch könnte er da hochkommen. Ich versuch mal hier hoch zu klettern. Nee, geht auch nicht. Ich bin jetzt hier oberhalb der Geli. Guck mal, hallo. Hallo, Geli. Geli ist abgesoffen. Noch nicht. Geli, sauf ab. Bin ich nicht dabei. Die hat mich aus dem Wasser geschmissen. Die hat mich aus dem Wasser... Was hast du gemacht? Aber ich bin wieder herunten. Ja, ach noch mal. Jo. Hey, nee, warte mal. Ich bin bei Mark... Ach so, ich bin bei Marki. Okay. Ich reich... Komm, lass mal die Kette der Geli runter. Lass die Kette. Die schmeißen wir für die Geli runter. Da ist doch Geli. Okay, Ladeschuhl schlaft gut. Setzt euch mal auf das Boot da hinten. Au, au. Das ist orange, ne? Das ist auf dem Boot. Ja. Das ist eine Luftmatratze. Luftmatratze. Das ist mir wurscht. Mir wurscht. Na, komm, Geli. Lass mal auf die Luftmatratze. Ja, oi, oi, oi. Okay, oi, oi. Jawohl. Das ist gut. Ich schaue so glücklich auf die Hände. Aber los. Guck mal hier. Ich mach dir Arme noch nach vorne. Ha. 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 Ja. Ha. Jetzt mach ich dir Arme nach oben. Ha. Hey, du da. Hey, du. Hey, du, du. Was machst du denn da? Da hängt die Gondel an. Ah. Der reißt alles kaputt. Guck mal. Marki. Jetzt müsst ihr auch schnell sein. Du musst schnell sein. Ich greife dir an. Komm, komm, gesprungen. Komm. Spring. Wäre ja auch cool gewesen, wenn es geklappt hätte, ne? Nee. Hör auf zu hüpfen, Bob. Ich muss noch versuchen, ob ich eine Freundschafts-Anfrage bekommen habe, vom Fortnite-Gamer. Da wollte ich die gerne mitmachen. Was ist das denn jetzt hier? Das sehe ich ja auf der PlayStation-App. Was machst denn du? Na, jetzt holen wir uns. Jawohl. Und der Markim ist nicht dabei. Oh. Jetzt bin ich auch runtergefallen. Halt dich fest. Genau, halt die andere Matratze fest. Du musst dich festhalten, hier. Ich halte mich fest. Ich halte mich. Du bist jetzt oben geblieben, wa? Okay, hast du dich? Ah, ich hänge noch dran. Ich hänge noch dran. Ich hänge aber unten drunter. Das ist nicht gesund, glaube ich. Hey, wir sind unten. Wir haben es geschafft. Der Markim kommt einfach hinterher gerannt, wa? Wo ist er denn? Man hätte, glaube ich, auch runterrennen können. Oh, da ist unser Boot. Schnell die Säge setzen. Markim, wo bist du? Wo ist der denn? Du sollst alte Männer nicht immer hetzen. Wir haben sogar YouNow-Zuschauer. Ich bin Nummer 1 auf Gaming. Angesagt. Wo seid denn ihr? Talk to my hand. Guckt auch gerade zu. Oder hat zugeschaut. Aktuell im Publikum. Denski im Publikum. Liebe Grüße, Denski. Hallo, bitte. Warte mal, ich will was ausprobieren. Rein. Aus. Prinzip. Oh, da hängt sich ans Riesenrad. Das will ich auch machen. Das will ich auch machen. Das ist ein Wasserrad. Lass mich auch mal mit dranhängen. Komm. Das sind wahrscheinlich müssen wir das sogar machen. Und jetzt? Wäre möglich. Aber das... Ihr seid so schwer. Das dreht sich nicht mehr. Warum dreht sich das nicht mehr? Ach. Jetzt dreht sich's wieder. Ach, das ist nicht zu glauben. Warte mal. Ich kann's nicht beobachten. Siehst du das, Geli? Ist der Markim oben? Der ist oben, tatsächlich. Das kann er da oben auf die Brücke springen. Ah, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel. Hol dir den Hebel. Der ist runtergefallen, der Markim. Ist er gar nicht. Erzähl nicht so einen Stoß. Hab's gesehen. Der ist gezielt runtergesprungen. Ja, ins Riesenrad, mitten rein. Weil da ist ein Hebel. Ich bin zu... Naja. Jetzt ist er runtergesprungen. Okay, ich bin gleich oben. Wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Da. Alter, wie soll das gehen? Das ist nicht möglich. Das ist nicht zu schaffen. Das geht nicht. Ja, aber da ist trotzdem ein Hebel. Das kannst du doch unter Irgendwo buchen. Ich ertrinke. Das ist ja nun dein Bier, nicht unseres. So, okay, jetzt. Hoch da. Ich stehe drauf, ich stehe drauf. Aufs Ertrinken? Oder bei... Wo stehst du jetzt? Nein, ich bin oben. Beim Hebel? Ja. Ich weiß zwar noch nicht, was der macht, aber... Oh, ich hätt's fast... Ich hätt's fast auch geschafft. Guck mal. Kannst du mal in meinem Kopf ziehen? Da unten geht was auf. Okay, also das mit dem Klettern geht so nicht. Das ist doch kacke. Wer kann mit einer Hand nicht klettern? Ihr müsst hier rauf. Das ist doch für ein Arsch, ey. Hör doch auf hier. Mist. Wo ist denn die Geli? Klammischer. Schon am Start, ja? Ja? Ihr müsst... Du musst im Prinzip dich an so einem Brett hängen und dann hochziehen, dass du stehst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ja. Ich hab's ja gerade schon mal fast geschafft, aber ich bin zu früh abgesprungen. Geli, wo bist du? Bist du schon oben? Nein, ich bin nur beim Wasserrad. Okay, du musst dann die Arme nach vorne machen und dann musst du relativ zeitnah rüberspringen. Jetzt! Ja! Jetzt hab ich's geschafft. Das ist schon ganz einfach. High five! High five! Ja! Ich hab ein erstes Mal! Hier, komm mal hier, ja! Juuu! So, und nun folge man mir? Jetzt müssen wir auf das Paddelboot draufspringen wahrscheinlich, wa? Was machst denn du? Juhu! Ah, da macht der einen Köpper! Da macht der einen Köpper! Ja, okay, das war nischt. Ich hab keinen Köpper geschafft. Müssen wir da jetzt rein? Vermutlich schon. Geli, mach mal einen Superköpper! Ich halt dich fest! Ah, jawoll. Geli hat's geschafft. Mit den Füßen voran, wir haben's geschafft! Yay! Das ist ja Dachmer. Ah, ist das anstrengend. Junge, Junge, nee! So, ich würd sagen, was machen wir für heute Schluss, hä? Machen wir ja im nächsten Mal die nächste Runde. Wir haben ja jetzt, wir haben bestimmt eineinhalb Stunden gebraucht für die Runde jetzt. Ja, und bis zum nächsten Mal erschafft sich dann Geli einen Charakter. Genau. Ja. Damit sie nicht wieder so nackig hier rumrennt. Genau, eine hübsche junge Frau. Was hast du denn da? Wieso? Ey, lass mein Bein los! Komm, ey, was auf, ich steck erst mal in den Stecker, in die Steckdose hier. Achso, ich hab aber... In die Steckdose, nicht in, Geli! Okay, hab ich gemacht. Vendilator läuft. Den musst du fangen mal da rein, da. Genau, steck mal rein. Irgendwo, jetzt, was auf. Und dann wird gleich das Ding durchbrennen. Was auf? Jetzt gibt's gleich ein Feuerwerk oder so. Lies mal YouTube. Was ist... Lies mal YouTube. Ach, das Red hat geschrieben... Achso, ausreichend Duell. Hm. Was seh ich hier noch? Punkte, Duell. Kannst du zum Schluss auf Minecraft gehen? Muss nicht mit Aufnahme sein. Nee, heute nicht mehr das Red. Minecraft machen wir noch mal. Wieso hast du denn jetzt auch wieder angehalten? Ich mein, wir haben ja doch gerade angeschalten. Passt schon, passt schon, passt schon. Wir müssen die Kabel mitnehmen. Achso, wir brauchen die Kabel auf der anderen Seite, meinst du? Ja. Okay, ich zieh mal hier raus den Stecker. Okay, ich hab die rote. Ich bin durchgehüpft. Bro, ey, ich häng fest. Geh, ich kann's mal helfen. Geh, ich brauch Hilfe. Ich bin zu schwach. Ah, nee, jetzt geht's. Sieht, das sieht so richtig geil aus. Es war diese Schlangen. Wieso, diese, so richtig, ich weiß nicht. Diese Schlangen hier aussehen. Aha, Markim. Limbo unter der Elektroleitung. Genau. Und Geli macht den Sicherungskasten auf, die alten Stromerin. Komm jetzt hier. Aber die Musik, merkt ihr euch, wie cool die Musik auch ist? Die ist richtig geil, ne? Bing, hat's gemacht. Tja, wann man richtiger Elektromeister wird. Ach, was hast du denn da schon wieder? Eine Batterie. Okay, komm, hol her den Akku. Ja, den Akku. Achtung. Geht die Füße weg, sonst sind sie platt. Okay, blau ist drin. Ja, mach. Hau rein. Ins Rote. Oh, Bing hat's gemacht. Da dachte ich, die Hand reißt es dir ab, hey. Da oben ist noch Ventilator. Hier ist ein Knopf. Ja. Aber wofür ist der für die Tür? Ja. Was hätte man denn jetzt drauf machen müssen? Die Kiste? Da oben ist die Kiste. Wie soll man denn die Kiste oben runterkriegen? Mit Ventilator? Warte mal. Jetzt will ich jetzt wissen, wie das gehen soll. Dann kann er nicht mal hier rüberspringen. Ne, das klappt nicht. Also die Kiste wisst ihr jetzt nicht, wie man hier rüberkriegt. Markim ist durchgerannt jetzt, ne? Also es kommt jeder, ich gehe auch durch. Tja, und jetzt... Warte mal, kann ich oft den... Geh mal da drüben durch. Ach, hier, das sind Kabel. Ich versuche einfach mal, den Akku zu zerren. Okay, jetzt ist der Akku da drin eingeklemmt. Das kann ich den Stecker wieder rausziehen. Vielleicht. Verdammt. Ah ja, das geht. Man kann also das mit dem Akku machen, ne? Also ich brauche keine Kiste, ich kann den Akku da hinstellen. Quitschi? Ja? Das ist schön. Ich stecke im Aufzug fest. Warte, ich komme ja gleich. Ich hole den Akku noch. Okay, geht. Haben wir. Ich komme erst mal zu euch hier. Ich komme erst mal zu euch hier. Vielen Dank.